Armored Core 6 Fires of Rubicon From Software kehrt zur Action-Serie zurück und bringt sie erstmals auf dem PC und genau da spiele ich sie jetzt auch in einem Solo-Let's Play jetzt mal ausnahmsweise ich bin so scharf drauf also legen wir los und gucken mal, was es kann Activating Cerebral Choral Control Device Augmented Human C-4621 has awakened Time to get to work, 621 I'm powering down your entry capsule on my signal Now, activate the AC Ja, der Plan hat ja super funktioniert Soviel zum Thema wir schleichen uns unbemerkt an Und es hat Zoom gemacht Descent to ISB-2262 Rubicon 3 Complete Your position is grid 135 Off target but within permissible range There's a catapult ahead Use it to close the camp Main system activating combat mode So, und da stehen wir vor unserem AC also vor unserem Armored Core den namensgebenden Meccas dieser also Mechs, aber die japanischen Varianten also Meccas dieser Action-Serie und ja, wir spielen mit Maus und Tastatur Die Ergebung sieht jetzt schon sehr cool aus Ich mag das, dass die kleinen Details halt auch die richtige Größe haben also zum Beispiel hier diese kleine Gangway, die hier rüber führt der kleine Steg, dass da halt auch ein Geländer dran ist und dass man es auch gleich kaputt machen kann Die ACs sind so 10 Meter im Schnitt groß 9 bis 13 Meter durchaus eine ähnliche Größe zu den Battle Mechs aus, ähm, ja, Battle Tech Allerdings steuert man die hier ein ganzes Eckchen flotter Ich habe dabei, äh, ein Schwert ein Energieschwert Mal hier einsetzen Zack Ist für die Kleinen auch kein Problem Ich habe dabei eine Was ist das? Das ist ein Gewehr Sieht man unten mit dem RA, rechter Arm Und, ähm, ich habe auf der rechten Schulter noch einen Raketenwerfer Der kann auch gleich zwei Ziele auf einmal anwählen und auch gleich zwei zerstören Bzw. er kann, ja genau, hier sieht man es auch gerade Er kann auch bis zu vier Ziele auswählen Das ist auch kein, äh, Problem Kommt ein bisschen drauf an, welchen, ja, äh, in welchem Zielrahmen man da unterwegs ist Mal ein bisschen ausweichen vor dem Raketen Schwupp Auf der linken unteren Seite sieht man meine, äh, ja, meine Trefferpunkte Da benutze ich jetzt mal ein Reparaturkit Jetzt sind wir wieder auf 9080 Punkte Das ist Aktuell das, das Maximum Das sieht man auch hier unten, er stellt eine Verbindung her mit diesem Connecting Also er hackt das quasi Das ist halt so geil, wie detailliert die inzwischen sind So sahen die halt früher in den Zwischensequenzen aus Naja, nee, muss man, nee, also die Zwischensequenzen selbst von Armored Core 4 zum Beispiel sahen schon nochmal besser aus Die hatten ja richtig so Rinderfilmqualität, das war der Wahnsinn Aber geil animiert Also wir sind in der fernen Zukunft, ähm, auf einem anderen Planeten unterwegs Äh, auf Rubicon 3 Ja, das war, das war zu weit Zu weit weg für den Angriff Und Hier, äh, treffen wir schon eine erste Fraktion Die Rubicon Liberation Front, also die Befreiungsarmee von Rubicon Auf dem Planeten gibt es eine besondere Ressource Coral Und, ähm, ja, an die wollen alle ran An die wollen vor allem auch große Unternehmen ran Und In deren Auftrag Kämpft man hier rum Als Söldner Als eigentlich namentloser Augmentierter Mensch Äh, aber halt im Auftrag von Verwalter Walter Als Söldner auf Rubicon 3 Und die Stadt hat auf jeden Fall auch schon mal bessere Tage gesehen Ah, der hat jetzt hier zum Beispiel ein Schild Den hauen wir ihm jetzt mal Oh, ah, hauen wir ihm jetzt mal weg Für Schilde sind halt, ja, äh, diese Energieschwerter, Energieblades sehr, sehr nützlich Können wir die relativ schnell weghauen Oh, da können wir ja nochmal ein bisschen, ähm, drauf kommen Was da eigentlich, ja, was so die Kernmechaniken sind Ähm, da gibt es ein paar coole Besonderheiten Also, ähm, das ist hier der Lizenzcode von Thomas Kirk Aus einem AC-Wrack in der versunkenen Stadt Extrahierter Lizenzcode Enthält die Registrierungsdaten des Piloten Aber, äh, Zugehörigkeit unabhängig Und die Lizenz ist abgelaufen Die hilft uns nicht weiter Also, wir brauchen erstmal eine falsche Identität Okay Die, ähm, ja, äh, die Serie hatte manchmal Radar, äh, Anzeigenrichtige Manchmal nicht Hier unten ist es jetzt eher so ein bisschen so Skyrim-Style Dass man einen kleinen Kompass hat Wo dann Gegner angezeigt werden können Einen richtigen Radar In dem Sinne gibt es nicht Was haben wir hier? Lizenzcode von G7 Harka Oh, naja, Harka Ähm, auch wieder Ähm, äh, läuft in zwölf Stunden ab Von Balam Industries Genau, also das sollte man sich eher nicht holen Also, die Lizenz von einer Corporation Von einer Firma Da wissen sie relativ schnell Dass, äh, man da Dass man nicht derjenige ist Als wenn man sich ausgibt Das sollte man also eher vermeiden Ich glaube Ich weiß gar nicht genau Ob ich ein, ähm Hab ich eine Dauerfeuer-Funktion Oder hab ich eine Auflade-Funktion Ich glaube, es ist eine Waffe mit einer Auflade-Funktion Ich schau mal kurz Nö, es ist einfach Nö, es ist Dauerfeuer Es gibt halt Waffen Wenn man dann die Feuertaste gedrückt hält Dann laden die sich so langsam auf Aber hier kann ich einfach gedrückt halten Und er zieht durch Kein Problem Sollten wir ein bisschen gucken Wann ich mal nachlade Zum Beispiel jetzt Man sieht das auch im, ähm Im Interface Also, da sind diese vier Balken am unteren Teil Des Fadenkreuzes Und die stehen für die, ähm Für den Ladestand der Waffen Also der rechte, untere, äußere Steht zum Beispiel für Das, äh Maschinengewehr Man sieht auch, wie der runter geht Und ich hab auch nur begrenzte Munition Und ich muss auch für die Munition bezahlen Also, ähm Ich muss mir die Munition Nicht wie bei, bei MagWarrior zum Teil Zwischen den Einsätzen kaufen Ähm, aber in der Missionsauswertung Entstehen Kosten Sowohl für meinen Schaden Als auch, äh Für die Munition, die ich verbrauche Und selbst wenn ich so ein Reparatur-Kit benutze Das bedeutet nicht, dass, äh Der entstandene Schaden Nicht Geld kostet Das ist aber für den normalen Durchlauf Relativ egal Das ist dann aber später Wenn man Missionen wiederholen will Und, äh Dann in den, in den Rängen quasi Sich platzieren will Also bis zum S-Rang hoch Äh Dann ist es natürlich wichtig Dass man auch einfach, ja Möglichst kosteneffizient, äh Gekämpft hat So, das war zu früh Das ist manchmal Trotz der hohen Auflösungen Und das ist jetzt das erste Spiel Das tatsächlich in wirklich hohen Auflösungen Laufen kann Ähm Das maximale Frühjahr Also die letzten Spiele kamen Für die Playstation 3 Und für die Xbox 360 raus War halt 27 Und ich weiß nicht mal Ob die die 27 ausgenutzt haben Und man kann die Spiele tatsächlich auch Also die Xbox-Version Kann man auf jeden Fall Im Emulator spielen Playstation 3-Version Habe ich gar nicht ausprobiert bislang Ähm Nur dummerweise kann man sie Nicht ohne Grafikfehler hochskalieren Was ein bisschen schade ist So, wen haben wir hier? Auch wieder ein AC-Wrack Ähm Affe Gordo Okay Lizenz läuft in 15 Tagen ab It's still valid But the pilot's rank is no good We can't use this I've picked up one more Rack 621 Transmitting marker Go and check it out Ah, das war daneben You can use that vertical catapult to get some altitude That's so cool That's it Try accessing the rack Registration number RB23 Rank fits the bill Call sign What? Looks like they were onto you after all I'm in no mood to pick a fight with the PCA But it doesn't matter Take it out now and they won't have enough to ID you Right hand ammunition at 50% AP Use your mobile gaming air to get clear of explosions on the ground So, äh Fromms war typisch Erstmal gleich Äh Ein Bosskampf Und äh Ich seh auch nicht allzu gut aus Schauen wir mal, ob wir da nahe rankommen Ne Das hat nicht geklappt Ah doch, jetzt hat's geklappt Was wir machen wollen ist, ähm Diesen gelben Balken, ähm Der über der Lebensleiste ist von dem Gegner voll zu bekommen Weil dann ist der gestagert Ähm Also dann ist quasi seine, äh Seine, äh Seine Dings durchbrochen Ähm Seine Haltung Ja Und dann kann er vielleicht für den Moment auch mal kurz nicht, ähm Nicht wegfliegen Und dann wäre es eigentlich ideal Einen, äh Nahkampf zu starten Aber das ist natürlich am Anfang Gerade wenn man noch einen recht, äh Schrecklichen Meck hat Nicht unbedingt ideal Weil man vielleicht auch einfach nicht die Waffen dabei hat Die den entsprechenden Schaden machen Raketen sind aber grundsätzlich eine gute Idee Um zu stackern Man sieht auch schon, es kommt ein bisschen Aber das wird wahrscheinlich nichts werden Und nah ran Das müsste ich jetzt theoretisch noch zweimal schaffen Und, äh Mit dem bisschen Munition, die ich habe Äh Ist das relativ unwahrscheinlich Und jetzt sehen wir auch gleich was Ähm Es gibt teilweise begrenzte Einsatzgebiete Also, äh Die sind voll in die Wand gegangen Verdammt Das war ungünstig Und das war der Tod Okay Versuchen wir gleich nochmal Mit ein bisschen mehr Konzentration Merkt man wieder Spielen und Quatschen Selbst wenn es nicht viel gequatscht ist Ist gar nicht so einfach So, jetzt machen wir es aber mal sauber So, jetzt muss ich mal ein bisschen Mit der Tastenbelegung warm werden Lad, 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 lad Thank you Also, was haben wir dabei Wir haben eine Lanze dabei Wir, äh Quatschen, einen Blade dabei Wir haben das Maschinengewehr dabei Oder sagen wir mal eher so Das Assault Rifle Gewehr Ähm Das ist nicht das gleiche Aber das geht So Jetzt versuchen wir es gleich nochmal Mit einem direkten Angriff Zack Der ist voll reingegangen Das war ganz gut Um Ich muss mich echt angewöhnen Ähm Diese Diese Anzeigen Ähm Ob ich halt Oh Das hat nicht gereicht Ähm Ob ich feuern kann Aus dem Augenwinkel Mehr oder weniger Besser zu beobachten Wann quasi Das Ding Anfällig ist Das erkenne ich jetzt Und daran Dass oben dieser Wolken rot leuchtet Dann nimmt es auch mehr Schaden Also nimmt der Feind Auch mehr Schaden Das ist ganz gut Aber ich kann halt An meiner Anzeige Auch noch erkennen Boah Boah Hat er mich jetzt Zurückgestoßen Wie das denn Ähm Ob ich feuern kann Oder nicht Wir suchen es noch mal mit dem Boost Der hat gesessen Wenn man es schaffen kann Irgendwie Oben auf ihm drauf zu bleiben Das ist natürlich auch geil Jetzt hat er mich wiederum Gestaggert Also jetzt war ich gerade Anfällig Er hat aber von mir Glaube ich gerade Alle vier Raketen Gefressen Genau Jetzt hat er Alles genommen Ich gehe mit dem Nahkampfangriff rein Und Dann War es das Der Trick Auf Dauer Ist allerdings eher Dass man sich Ja halt Ein AC So zusammenstellt Das ist gut Für den Eigenen Spielstil Passt So was haben wir jetzt hier Äh Lizenz Raven Also unser Unser neuer Rufname Ist Raven Lizenz läuft in drei Tagen ab Raven Das ist dein neues Name Hier auf Rubicon Man sieht auch schön Dass der Jetzt richtig abgenutzt Ist Obwohl ich jetzt Das Reparaturkip benutzt habe Der Der Lack Ist ab Könnte man sagen Da haben wir auch eben gerade Hätte ich noch mal Ein bisschen länger stehen lassen sollen Da konnte man eben gerade A sublime Substance Discovered on Rubicon A planet On the frontier Of developed space For a time Coral Was a revolutionary Energy resource And data conduit Poised to transform Human society By leaps And bounds They called it The fires Of Ibis A storm Of flame That tore Through the stars Leaving lethal Contamination In its wake Coral The kindling Was thought To have been Utterly consumed Forever lost However On Rubicon The embers Continued to burn Humanity Would inevitably return To stoke The fire Jetzt könnte man sagen Das ist so ein bisschen So von der Stimmung her So typisch Dark Souls Demons Aber es ist eigentlich Eher typisch From Software Denn diese düstere Stimmung Das hatte halt Auch die Serie Früher schon Hast du die Authentication Raven Das ist wer du bist Jetzt Du bist auf Rubicon Ich habe schon ein paar Arbeit für dich Geh mal 621 Also unsere falsche Identität hat Funktioniert Auch schön Wenn das Training Wenn das Training Noch mal extra belohnt wird Erst mal das erste Emblem Teile einsammeln Das ist auch ein ganz Wichtiger Teil Immer in den Arm & Core Spielen Das Rumbasteln An den ACs An den ACs Die möglichst Anpassen Holen wir uns Doch mal die Bonus Teile Und machen hier Kurz das Training Also dieses Düstere Dieses Bleak Das ist glaube ich Eher was typisch From Software Gar nicht unbedingt Nur Souliges Was habe ich denn dabei Eine Klinge Ja wunderbar Und jetzt habe ich Ein bisschen was Schneller Schießenderes Dabei Und auch Raketenwerfer Das ist jetzt aber Glaube ich Ein etwas anderer Raketenwerfer Das ist Nommischen Sechser Falsche Taste Und der Schießt so ein bisschen Eher über die Seiten Das ist tatsächlich Wichtig Wie die Raketen fliegen Es gibt welche Die fliegen Direkt aufs Ziel zu Es gibt welche Die fliegen halt So von den Seiten Und es gibt welche Die fliegen Direkt nach oben Und kommen dann Ja kommen also Direkt aus dem Himmel Nach unten Und das ist Gegen Gegner Die vielleicht Vorne ein Schild Haben Natürlich ganz Nützlich Reload Funktioniert Genau also Man kann auch Bestimmen Wie man nachlädt Also Welche Waffe Man nachlädt Wie man R gedrückt hat Und dann Die entsprechende Maustaste drückt Und auch bei den Nahkampfangriffen Gibt es teilweise So leichte Kombos Wenn die Waffe Das unterstützt Jetzt sieht man auch hier Dadurch dass Der ein Schild hat Die Die Waffen Prallen vom Schild ab Man durchbricht Den irgendwann Jetzt war er eben Gerade durchbrochen Aber man sieht Aber man sieht auch Oben Es entsteht kein Schaden Sondern es steht Schild da Ähm Aber man kann Das halt durchbrechen So jetzt ist der Oder man kann ihn sogar Komplett zerstören Jetzt ist er weg Aber ich hätte es auch Mit einer Nahkampfwaffe Machen können Gewöhne mir nie an Dass ich links Eine Nahkampfwaffe habe Das war das Jetzt können wir den mal Mit einem Nahkampfschwert Ausschalten Und Schild weg Und gut So ne kleinen Einheiten Die halten auch nicht viel aus Also Das sind noch keine ACs Also dass diese anderen Auch wenn die aussehen Wie Armored Cross Das sind keine Armored Cross Sind nochmal was anderes Das ist eine ganz Die sind eine ganze Stufe höher Ähm Also das Muss man glaube ich Auch ein bisschen beachten Habe ich auch schon Training Trainingsgegner In der Arena Ah nee Das ist nur der Test Hier kann ich meine Das ist noch gar nicht Richtig die Arena Das ist nur der Test Zum rumgucken Brauche ich noch nicht Das ist so cool animiert Wahnsinn Absoluter Wahnsinn Ne das wollen wir nicht Wir wollen den Test Könnte man sich jetzt Hier Einheiten reinschicken lassen Man kann auch hier Die Montage schon starten Aber wir wollen den Test beenden Und stattdessen Kurz mal in den In den Shop schauen Was wir kaufen können So wahnsinnig viel Geld dürfte ich nicht haben Äh Ne Quatsch Ich will hier Äh Aber ich Ja ich kann ja schon mal Ich könnte ihn schon mal anmalen Das könnte ich schon mal machen Warte mal Ähm Machen wir erstmal Einen Sticker drauf Äh Hier den Ritter Finde ich gut Ja Entschuldigung Das war der falsche Ritter Fritz So Und Farben wollen wir anders haben Ähm Ganzer Rahmen Und wir nehmen Preset mäßig Ich habe immer Ich habe immer Ich habe immer ein relativ Ähnliches Ähnliches Design Wie ich Wie ich meine Sachen gerne einfärbe Ähm Bestätigen Wollen wir irgendwie noch viel Glanz drauf haben Das wollen wir glaube ich eher ein bisschen matter haben Äh So Dann die Nebenfarbe Da gehe ich in so ein So ein dunkles Rot Wenn ihr ungefähr die Farbpalette wiedererkennen könnt Was nehmen wir da Nehmen wir so ein bisschen Was Heller Glanziges Nehmen wir den hier So Unterstützung ist Wollen wir mal schauen Ähm Ach so ist das Das würde ich fast eher so ein bisschen im schwarzen Bereich sehen Also da brauchen wir jetzt nicht noch extra was Das passt soweit Optional sind Das sind diese kleinen Dinger Die Da gehe ich mal ein bisschen in eine andere Richtung Obwohl dann so ein dunkles Blau wäre Vielleicht umgängst Obwohl so Kann ich den hier nicht drehen Ne kann ich nicht Ähm Hm 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 Was nehmen wir denn da Weil eher so ein gräuliches Ist gerade total enthält Oder doch Rot Das sind natürlich nur diese Diese kleinen Dinger Aber ich Ich glaube ich Ich glaube ich mache eher so ein bisschen Ein bisschen im Graubereich Ja das finde ich gut Können ja von mir aus auch mehr Wo eher ein bisschen heller sein Lassen wir sie mal ein bisschen glänzen So und dann haben wir noch die Andere Was sind denn andere Ach das sind ja diese kleinen Scharniere Die da teilweise dazwischen sind Ist ja auch verrückt Dass man die Äh Einfärben kann Weil man wahrscheinlich sagen muss Dass die ähm Dass die stellenweise dann Äh Je nachdem was man für ein Was man für ein Äh Für ein Körper sich zusammenbaut Und was für ein Chassis man da benutzt Ein bisschen anders aussehen einfach Also dass die Flächen einfach anders verteilt sind So dann haben wir noch hier Das Licht Das Licht hätte ich gerne irgendwie relativ Relativ hell So Das mag ich ganz gern Theoretisch könnten wir jetzt auch noch Den Grad der Verwitterung einstellen Also entweder so ganz neu Oder so ein bisschen älter Auf was war es denn Das ist mir fast zu neu Ein bisschen abgenutzt Finde ich ganz Ist mir zu viel abgenutzt Ein bisschen abgewetzt Finde ich gut Ähm Und theoretisch kann man hier glaube ich auch noch Genau Also man kann auch noch so ein Camouflage ähm Ding auswählen Aber das Sowas mag ich nicht Sowas mag ich nicht Man kann jetzt theoretisch auch noch die Waffen ähm Ändern Da bin ich aber nicht so ein Fan von Deshalb äh Lasse ich die so wie die sind Weil das sind ja quasi ein bisschen so Fremdkörper An dem Gerät dran Änderungen speichern und beenden Und wir können hier noch reinschauen Was wir äh An Waffen dabei haben Momentan halt natürlich noch nicht viel Ähm Raketen Das Blade Die normale ähm Das normale Sturmgewehr Hinten den Raketenwerfer hier noch gar nichts Hier sind ein paar andere Teile Ein anderes Kopfteil zum Beispiel Ist ein bisschen äh Ein bisschen schwerer Ähm Verlangsamt Verlangsamt uns auch ganz klein bisschen Aber gibt uns ansonsten überall ein bisschen mehr Punkte Man kann das jetzt hier noch erweitern Ähm Mal gucken Hier zum Beispiel Das ist auch Ja das können wir glaube ich nehmen Das Ding ähm Mach ich mal wieder zu Dann haben wir hier Die Arme Da ist die Lastgrenze ein bisschen Das heißt ähm Die Das Ding kann nicht so viel tragen Der Arm Aber er hat mehr Trefferpunkte Und er ist etwas besser im Schusswaffe Als Schusswaffenspezialist Ähm Das heißt Dass es einen Bonus gibt Wenn man Nahkampf oder Schusswaffen benutzt Ähm Hier sogar in beiden Bereichen Dann nehmen wir den nochmal Und äh Bei den Beinen Ähm Da Also wir sind immer noch gut von unserer Von unseren Grenzen entfernt Also hier dürfen wir nicht rüberkommen Was die Was den Energiebedarf und das Gewicht angeht Aber das passt alles soweit Ähm Ein bisschen weniger Haltungsstabilität Aber auch nicht unbedingt viel Das heißt aber auch Es braucht weniger Schüsse Um uns ähm Ähm Um uns zu staggern quasi Es ist ein bisschen schwerer Würde ich jetzt aber Für den Punktegewinn Ähm Durchaus nehmen Hier haben wir noch keine Anderen Sachen Und nochmal kurz in den Shop gucken Ähm In den Shop gibt's noch gar nicht Das heißt wir haben hier nur so ein bisschen Die Daten hin und her geschoben Und dann würde ich sagen In der nächsten Folge geht's in die zweite Äh Zweite Mission Also Bis dann Ich hoffe es gefällt euch ein bisschen Oder bleibt vielleicht noch ein bisschen dran Wenn's euch gefällt Gebt gerne einen Daumen hoch Ähm Ja und dann schauen wir uns einfach mal ein bisschen noch Ähm Armat Chor 6 an Bis denn Tschüss.